Hey, hallo, hier ist Ronja und heute versuchen wir einen Hai zu töten und zwar in Roblox, da gibt es wohl, ich weiß auch nicht genau wie, wir haben das eben probiert, Waffen, die man kriegen kann und dann kann man versuchen, auf dem Schiff, oh jetzt wird der Hai ausgewählt. Ich will der Hai sein. Ich top soll der Hai sein. Ich will der Hai. Amia Belek. Oh, Amia Belek war in der Testzone. Kommt rein zu mir, kommt in Einladung. Oh, warte, äh, beitreten. Nice. Soll ich, wir nehmen das Entchen, das ist am besten. Kannst du vorne steuern oder wie steuert man? Amia Belek, willst du fahren? Rechts vorne musst du sitzen, da kannst du fahren. Oh, okay, der Hai kommt. Es ist... Osterhai. Der Osterhai ist ein bisschen buggy. Okay, Warnia, kannst du fahren? Okay. Ja, kann ich. Oh, okay. Wo ist denn der Hai? Fahren wir Richtung Hai? Kann man einen anderen Schiff drauf ersenken? Wo hat die Waffen her? Ich rammel jetzt zu Oster... Du hast nichts Geschäft. Oh, okay, warte, ich rammel jetzt erst mal... Ah, der Hai ist unter! Oh nein, nein, nein! Nein! Oh mein Gott! Was? Warte. Gehen wo drauf? Aussteigen! Da ist ein, da ist ein Boot! Warte, da ist ein Boot! Da ist ein Boot! Verdein! Ja, Kals! Oh ja, okay, okay, wir haben das Boot übernommen von Silly Lilly. What? Gibt es hier eine Steuer? Ja! Hinten, oder? Auf geht's! Ich bin jetzt der Captain. Warte, ich gehe kurz ins Geschäft. Äh, ich kaufe... Du hast eine Waffe, du hast eine Waffe, drück mal eins. Oh, warte, was? Oh ja! Eins! Okay. Oh ja, ich habe eine Waffe. Okay, der Hai zerlegt alles. Oh mein Gott! Also in der Testrunde bei der AI wahrscheinlich einfach AFK, dann waren wir schon so ein bisschen... Oh mein Gott, der kann doch springen! Ich finde es beunruhigend, wie diese Musik kommt, wenn man in der Nähe ist. Lass uns doch wegfahren! Lass uns doch nicht zum Hai fahren! Ich bin gerade hier, wo ich gerade springen habe, ich bin aus dem Schiff raus. Oh nein! Okay. Hey, jetzt zerlegt uns doch, Haifer! Hör auf, doch bitte! An alle passieren wir allein ein paar Turbulenzen. Nein! Oh Gott! Was ist denn ein paar Turbulenzen? Warte, hast du Chams runtergespissen? Verbot! Warte, der Arm-Random! Das war... Das war gar nicht unser Boot, das war von einem Random. Der ist jetzt gefallen! Jetzt ist unser Boot! Tja, unlucky! Leute, wir halten hier AFK auf dem Boot sitzen! Na? Oh, unser Flo ist ein einwandfreier Fahrer. Schießt du mit Linksklick? Ja. Ich kann sogar hupen! Aber das ist gut, da kannst du den Hai andocken vielleicht. Okay. Das ist... Ich hab nicht gedacht, dass es so Tänz ist. Wo ist der Hai? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er hat das Boot! Oh mein Gott! Oh nein! 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 Soll ich es mal probieren? Okay! Mach was du denkst! Wir sind eh nur zwei! Top sind doch Hai! Okay! Ich nehm mal das Ding! Hier, wir sind im Heersteamboach. Wenn du uns tötest, dann bist du dumm! Wag ich sie ja nicht, ne? Dann bin ich der Beste! Der Beste! Weil ihr seid ja die Hai-Fahrer-Fahrer! Oh warte! Ich bin im Fahrersitz! Warte! Ich geh rüber! Dann kannst du fahren! Wenn du fahren willst! Oh Leute! Wir gehen unter! Was? Oder? Oh nein! Das leckt wahrscheinlich einfach nur, oder? Oh mein Gott! Der Hai wurde released! Der Hai sieht richtig dumm aus! Der Hai sieht so trof aus! Der stinkt hab ich gehört! Oh! Das hab ich auch gehört! Deswegen ist Tops der Hai geworden! Weil er sich das Spiel gedacht hat! Ich auch nicht! Das ist voll dumm! Okay! Ich hab jetzt die Harpune! Ich stell mich jetzt hin! Oh nein! Ja! Pass auf! Guck mal, wollt ihr Typen hier rammen? Okay! Obwohl! Ne! Warte! Wir sind doch im Team nicht Hai! Der Hai wurde getötet! Was? Tops! Tops! Hallo? Tops! Nein! Aber der ist schlecht, glaub ich! Okay! Okay! Wir töten den Hai Flo! Was sagst du? Ja, ja! Ich hab den Rocket Launcher, okay? Easy! Wir machen halt das nur auf die Jagd, okay? Okay! Wir verfolgen den! Wir hunten ihn down! Wir töten erst Tops! Und dann den Hai! Nein! Das ist der Gameplan! Da 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 da! Auf gehts! 3, 2, 1! Und Entchenboot! Und jetzt ist Tag! Oh! Das ist doch schön! Dann sehen wir Tops besser am Tag! Wir können ihn besser töten! Wir können uns besser riechen! Ah! Warte! Stopp! Stopp! Ich wollte mich nach vorne setzen! Sorry! Ah! Warte! Jetzt setzen wir sich hin! Bitte nehmen Sie Platz! Es können ein paar Turbulenzen entstehen! Okay! Ah! Der Hai! Niemand hat Lust auf Hai! Warum will niemand Hai sein? Was ist denn das für ein blöder Spiel, Boris? Wenn ich euch einen Tipp geben darf! Spiel nicht! Shark! Wie heißt das? Shark Attack! Das blödes Spiel! 20 Prozent! Du hast 20 Prozent! Ich werde jetzt der Hai und ich werde nicht fliegen! Tops! Welche Prozent Chance hast du? 10! 10! Ey, das heißt wir haben 50 Prozent Chance, dass jemand von uns ist! Okay! Pause! Na, ich glaube weniger! Doch! Wie hast du jetzt mit den anderen gemacht? Oder was einfach nur ist, um die Leute zu beruhigen? Hä? Na... Und der Hai ist echt wachsen! Du bist der Hai?! Okay! Okay! Ronja! Du bist der Hai! Mach dich bereit, alle zu fressen! Okay! Perfekt! Perfekt! Ich bin bei dir dran! Du bist eine Minute ins Meer gelassen! Ja! Oder wir nehmen so einen großen... Bewege deinen Zeiger sanft, um den Hai zu Dings! Für die Töte bekommst du 5 Hai Zehner! Oh! Das ist wenig, oder? 5 Hai Zehner! Boote geben blaue Partikel ab! Hiermit kannst du entfernte Boote orten! Oh! Spiele im Wasser geben rote Partikel ab! Woah! Das Blut! Okay! So! Wir töten Flo, habe ich gehört! Tops! Ja! Das wird das Einfachste sein! Willst du fahren? Oder soll ich fahren? Ja, ich fahre! Ich warte euch einfach fressen! Ne! Ich fress einfach nur Tops! Nein! Okay! Ist das meine Harpune? Hi! Das bin ich! Hi! Schick siehst du aus, Flo! Hast du was mit deinen Haaren gemacht? Ja! Entschuldigung! Mega komisch! Oh nein! Das ist endlich! Oh! Was? Hallo? Team? Das doofe Hasenboot! Was? Kannst du mal auf... Ich ersticke! Tops! Hör auf! Ja! Da ist eine Luftblase! Tops! Hör auf! Bitte! Ich mache nicht! Ich mache nicht! Tops! Du bist der Käpt'n! Auf! Nein! Wir stecken, Tops! Wir stecken! Wir stecken! Ich werde das nicht, solange ich hier bin! Doch! Nein! Ich steige jetzt aus! Was soll denn das? Äh, Ronja, das wird vielleicht... Ich rieche wen! Nein! Nein! Ich komme nicht an die Wasserauberfläche! Okay, ich bin hier! Tops, jetzt drehe das blöde Boot um! Ich weiß eigentlich, wie das geht! Bitte! Okay, ich sage... Tops, bitte! Ich weiß eigentlich, ah! Ich pack' rum! Okay, keine Sorge! Ich bin auf dem Boot! Du kannst es umdrehen! Oh nein! Oh nein! Das war ich! Aua! Ich glaube ich gleich... Hey, wie kacke ist das denn? Oh mein Gott! Ich wusste nicht, das ist das erste Mal! Nice! Ich wusste nicht, egal! Langsam habe ich das Gefühl, dass diese Boote... Ey, halt! Übelst einfach! Ich weiß nicht, warum es keiner macht! Es ist wirklich super simple! Geht's dir jetzt einfach alle? Ja, guck einfach! Du hörst ja zu schon, Ronja, ne? Wenn du links klickst! Warte, wie? Achso, ja! Du schon, links! Wo sind denn noch welche? Die smoothen Bewegungen von dem Hai mit der eleganten Flosse! Sehe ich hier! Haben sie da! Ich seh keine Gegner! Ah doch! Jetzt seh ich einen! Okay! Hauptsache, die Hasenohren! Ich hab 23! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich kann die nicht rein! Doch! Okay, okay! Gute Dreh! Äh... Äh... Okay, pass auf! Okay, pass auf! Ah lol, du kannst raus, Ronja! Ah lol! Okay! Oh! Das sieht bedrohlicher aus, so wenn man so über Wasser, unter Wasser liegt. Weißt du das, man? Das ist einfach nur top 3, oder? Die schießt mich ab? Okay, da lebt doch wer! Kill ihn! Nice! Es leben nur noch zwei! Du hast sie! Sehr elegant! Das ist dieser Artist Mee, glaub ich! Dieser Artist Mee, der ist... Der ist irgendwie ein Schummler! Ich glaube! Oh, okay! Nee, 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 nee! Nee, der lebt noch! Du bist ja noch Half-Life! Auf den Ei! Genau! Direkt vor dir! Oh ja, den hast du! Den hast du! Ja! Nice! Ey, das ist wirklich schwer zu spielen! Oh, Leute! Man kann richtig... High gewinnt! Oh! 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 Truhenjagd! Eine Beutetruhe mit Haizähnen wird erscheinen! Oha! Das sehe ich uns aber! Oha! Da bin ich jetzt wieder der Hai, bitte! Oh, warte! Ich dachte schon Flo! Artisti ist der Hai! Okay, lasst uns nicht das TSC-Boot nehmen! Das war absolut furchtbar! Ich hab doch gesagt, Entenboot ist! Jaja, Entenboot! 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 Ich hör auf dich! Ja, Tobes ist der beste Hai in diesem Spiel! Haaa! Haaa! Hauptsache, Tobes freitzieher ist und das ist korrekt! Das ist echt so! Oh ja! Ich bin der Hai! Okay! Endlich ist es vorbei! Okay! Aber ich hab schon 16% schon heiß zu werden! Ich auch! Ich hab 5! Ah, Lucky Tops! Okay! Ich hab die Harpune jetzt! Die Harpune ist ne bessere Waffe! Das ist mein Boot-Tops! Okay! Egal! Der Hai! Ich seh immer nur das Gebiss vom Hai rausbangen! Ja! Also! Das ist so eine richtig crappy Animation! Was können wir boh- Wir rammen das blöde Häschen-Boot! Ja! Wir wollen die Truhe! Wo ist die Truhe? Wie hup man nochmal? Haaa! Steht hier oben! Oh, warte! Ist der grüne Kreis Richtung Truhe? Oder ist der grüne Kreis der Hai? Oder ist der Hai? Nein! Wollen wir den Hai handen? Lass uns den Hai handen! Oh Gott! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht! Der hat irgendwas zerlegt hier! Ich glaub der macht sich Jagd! Ja! Der macht sich Jagd da drüben! Ah! Nein! Ich bin gefallen! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Ich hab gedacht! Der Hai kommt jetzt hinten! Okay! Ich wollte schießen und es geht! Ah! Er ist da! Okay! Gib einfach Gas! Du kannst nicht schießen, wenn du sitzt! Nein! Du kannst! Du siehst das nur nicht so richtig! Aber dann passiert nichts! Doch doch doch! Ich schieß hier nicht! Ich hab eine Waffe ausgerüstet, weil du Tops! Wie kann ich denn meine Waffe ausrüsten? Muss er drücken! Aber ich hab... Dann kannst du wieder schießen! Ich kann nicht schießen, wenn ich sie schießen! Oh mein Gott! Nein! Flo! Ich wollte nur aufstehen zum schießen, okay? Ich glaub man muss wirklich stehen zum schießen! Eins musst du drücken, Flo! Nein! Ich hab eine andere! Ich hab Racketwaffe gekauft! Für 10er! Das kannst du im Geschäft! Muss du ausrüsten! Tops! Was? Warum springst du denn? Ich hab nicht gesprungen! Ich wollte schießen! Du musst grad mal stehen halt! Nein! Warte! Ihr könnt auch... Ihr könnt jetzt... Ich schieß auch... Oha! Warte, wie? Ja! Au! Einfach einfach... Nein! Ja! Aber bei mir wird nichts angezeigt! Okay! Einfach mit der Maus vorhin drücken! Ich glaub dann schießt du dorthin! Ja! Okay! Okay! Bleib's heim! Oh, wir lasern den! Warte! Ich... Versuch's zu reloaden! Ja! Wo ist er? Der ist alles! Ich seh... Oh, oh! Der wird böse! Oder mit Hobbes! Spiel jetzt nicht mit Hobbes! Hobbes wird disconnecten! Aha! Es ist so! Okay, gut dann! Äh, macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Lasst einen Daumen hoch, damit's euch gefallen hat! Äh, ciao!